Ja, hier alle Menschheitsprobleme zusammengefasst. Ich werde das gleich zeigen. Hier fehlen nur zwei Striche, sozusagen hier, kooperativer Anteil und antikooperative Anteil. Die Menschheitsprobleme bestehen daraus, dass der Mainstream, in dem natürlich die Journalisten von den größten Konzernen die größten Werbeeinnahmen bekommen, gehen deswegen, weil ja dann der Mainstream der Medien und der Welt und der Politik, weil sie ja so gut befreundet sind über die Werbeeinnahmen oder über die Lobbyisten und die Parteispenden und so weiter, alle so gut miteinander befreundet sind und erstellen alle, dass es nur den kooperativen Anteil gibt. Das wird so getan, als gäbe es bei der Pharmaindustrie, der Impfindustrie, der Testindustrie, der Maskenindustrie überhaupt keinen antikooperativen Anteil, sondern für den Mainstream gibt es nur den kooperativen Anteil. Der Onkel Doktor meint es gut, die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, alle meinen es gut. Das ist quasi der zentrale Irrtum all derer und ist eigentlich natürlich auch ein vorteilbringender Irrtum, denn das ist halt der vorteilbringende Irrtum, wenn ich als Journalist nicht in Konflikt mit meinen Werbekunden komme und als Politiker nicht in Konflikt mit den Parteispendern, den Großkonzernen, die Parteispenden tätigen und die mir Vortragsjobs verschaffen und Jobs nach der Politik bieten in der Wirtschaft, wenn ich die sozusagen als Engel sehe und nur den Engelsanteil, den kooperativen Anteil sehe und mir einfach die Hände vor die Augen nehme, vor dem antikooperativen Anteil dieser Industrien, dann ist das ein Vorteil für mich. Das ist dann ein vorteilbringender Irrtum. Genauso wie für den Politiker der zentrale vorteilbringende Irrtum ist, Lobbyisten sind eine wertvolle Informations- und Wahrheitsquelle für meine politischen Entscheidungen. Das ist der zentrale vorteilbringende Irrtum der Politiker, Weil er dadurch natürlich immer die Möglichkeit erhält, sozusagen auch großzügig beschenkt zu werden, seitens, sei es über Wahlspenden, über Parteispenden, über Lobbyistengeschenke und, und, und. Ja, da bilden sich halt Freundschaften. Ja, und bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, also bitte schneller drehen, mindestens 1,5. Ja, das bedeutet also, das Bild würde eigentlich so aussehen, im kooperativen Anteil gibt es tatsächlich nur Wahrheiten. Das heißt, da sagen alle die Wahrheit und alles fußt auf den Wahrheiten. Der Strich müsste also hierhin laufen, ich zeige es gleich in einem anderen Schaubild, ja. Und der antikooperative Anteil, der besteht aus vorteilbringenden Irrtümern und kriminellen Lügen. Aus taktischen Gründen ist es aber falsch, jedem Menschen, dem man begegnet, kriminelle Lügen zu unterstellen, weil man ja weiß ja nicht, befindet er sich in einem vorteilbringenden Irrtum und glaubt, was er sagt. Oder ist es wirklich ein krimineller Lügner, der ganz aktiv Geschäfte auf Kosten der Bevölkerung macht, der WählerInnen macht, sozusagen. Und deswegen empfiehlt sich, sozusagen, auch wenn die sogenannten Verschwörungstheoretiker oft sehr viel näher an der Wahrheit sind, als die Naiven, die sagen, der Onkel Doktor meint es doch gut, die Impfindustrie meint es doch gut und so weiter. Oder der große Fehler, wodurch sie sich so viele Feinde schaffen, der sogenannten, der große Fehler der Verschwörungstheoretiker, wodurch sie sich so unendlich viel Feindschaft erzeugt haben, ist, dass sie unterschiedslos allen kriminelle Lügen unterstellen, auch denen, die eigentlich nur Träger von vorteilbringenden Irrtümern sind und ihre Irrtümer auch tatsächlich glauben. Deswegen schauen wir uns jetzt auch nochmal die Bilder an. Ja, und wie beendet man jetzt den Anti-, also unser Problem als Menschheit ist der überall. Also für uns im Bereich Staatscoaching und Großunternehmenscoaching GUC, also Staatscoaching SC, Großunternehmenscoaching GUC, für uns ist immer die gleiche Aufgabe. Es ist immer die identische Arbeit. Gucken, aha, da gibt es überall einen gewaltigen antikooperativen Anteil, für den der Mainstream gar keine Wahrnehmung hat. Da müssen wir gucken, der setzt sich zusammen aus vorteilbringenden Irrtümern und kriminellen Lügen und beidem muss man den Gewinn wegnehmen. Man muss ihnen einfach die Beute wegnehmen. Und wie macht man das? Indem man starke, positive Anreize nach über 50 Jahren Naturwissenschaftserfahrung, die durch nichts ersetzbar ist, so gekonnt diese positiven Anreize setzt und so stark wie nötig, so schwach wie möglich, starke, positive Anreize so setzt, dass es für kriminelle Lügen keine Gewinnmöglichkeit mehr gibt, weil die positiven Anreize so geschaltet sind, dass es nur noch Geld gibt für bewiesene Förderung oder für bewiesene Verbesserung meines Lebens, meiner Gesundheit, also wenn man mir ein gesünderes, längeres, wohlhabenderes und glücklicheres Leben ermöglicht hat, nur noch dann gibt es Geld, also Beute. Also für kriminelle Lügen, die mir schaden und für vorteilbringende Irrtümer, die mir schaden, gibt es einfach keine Beute mehr. Und dann verschwindet tatsächlich der antikooperative Anteil innerhalb kürzester Zeit, weil wir den Leuten auch helfen können, ihre eigenen VIs, vorteilbringenden Irrtümer, sozusagen zu durchschauen und die Kriminellen wissen ja dann sowieso auch sofort, dass Schluss mit lustig ist, dass es dafür nichts mehr gibt, nichts mehr zu holen ist und dann hört der antikooperative Anteil sofort auf. Und das schauen wir uns jetzt in unserer Diashow des Weltrates an. Das ist so unsere Diashow, nicht schön, aber selten. Wir haben halt keine entsprechenden Technikstriche besser zu setzen. Also, noch mal, kooperativer Anteil fußt auf Wahrheiten. Der antikooperative Anteil, den der Mainstream nicht sehen kann, weil er zu befreundet ist mit den großen Konzernen und zu befreundet ist mit den Werbekunden und zu befreundet ist und die Politik zu befreundet ist mit den großen Konzernen und deren Geldern und so weiter, hat unsere Gesellschaft einen total blinden Fleck für den antikooperativen Anteil. Den gibt es einfach nicht. Also, in den Augen derer gibt es den gar nicht. Dabei ist das der große Weltzerstörer seit 400.000 Jahren. Seit 400.000 Jahren quält sich die Menschheit und leidet die Menschheit unter diesem antikooperativen Anteil. Und der fußt auf der Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, VIs, und natürlich dann parallel dazu auch zu dem fußt auf den kriminellen Lügen. Wir haben also zwei antikooperative Anteile in der Gesellschaft, diejenigen, die aufgrund von Irrtümern uns schaden und die, die mit ihren kriminellen Lügen uns durchmanipulieren. Beides, also die vorteilbringenden Irrtümer und die kriminellen Lügen wirken in unserem Kopf als sogenannte parasitäre Meme, also schmarotzerische, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, die uns von Memory, die uns quasi durchmanipulieren oder eben, wir können sie auch nennen, Killer-Viren des Geistes, die uns, die quasi wie Viren von Person zu Person springen, die ganze Weltbevölkerung durch Seuchen infizieren und durch Seuchen. Und dadurch werden wir zu willigen Opfern genau des antikooperativen Handelns in der Welt. Wir werden bereitwillige Opfer. Und nur durch positive Anreize nach mit über 50 Jahren Naturwissenschaftserfahrung gekonnt und professionell gesetzt, ist das Problem zu lösen. Also nur durch den Weltrat und die Next Scientists for Future. Niemand anders auf der Welt kann dieses Problem lösen. So, und hier haben wir ja schon tausendmal gezeigt in den ganzen Sendungen, dass hier sozusagen die ersten Frühärzte und Frühhändler fußten auf Wahrheiten und auch nur Wahrheiten gesagt haben. Und dann kamen nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig die ersten Frühärzte und Frühhändler, die sich irrten, die uns unsere glückliche Lebensweise madig gemacht haben, weil sie damit ja nichts verdienen können. Wenn die Leute zu glücklich sind, kaufen sie zu wenig. Also unsere glücksbringende Lebensweise wurde uns verteufelt und madig gemacht und mit Ängsten besetzt, sozusagen. Und der billige Nahrungsmüll wurde nach und nach immer mehr sozusagen propagiert. Aufgrund dessen wurden wir alle chronisch krank und übergewichtig heutzutage und so weiter. Und wir kauften diesen Früharzt und Frühhändler, der das auch alles glaubt, was er sagt, seine Irrtümer. Irgendwie manche davon machen auch bewusst Verbrechen und belügen uns bewusst. Aber der Großteil irrt sich einfach, glaubt seine Irrtümer und wird dadurch belohnt, dass er dadurch, dass wir alle krank werden, sehr viele Impfungen, Tests, Masken, Bestrahlungen, Chemotherapien und so weiter verkaufen kann. Dadurch kann er hier ein leibliches Kind ernähren, dann drei Enkelkinder sogar ernähren, vier Urenkel und wird der Vorfahre von Drostenwieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und Co. Und hier finden sich auch dann geistige Schüler, also Lehrlinge und Schüler und Studenten. Hier wird eine Akademie gegründet und dann werden diese vorteilbringenden Irrtümer gelehrt in den Akademien und Universitäten. Und da entstehen auch wieder Vorfahren von Drostens, Wielers und Lauterbachs und Alnatura und Aldi und Co. Ja, und da setzt man dann positive Anreize. Man muss hier an dieser Person schon idealerweise und allen Personen positive Anreize setzen, sodass die dann eben nicht vier Urenkel ernähren können, sondern null, ja, und auch keine Schüler finden, weil niemand ahmt ein erfolgloses Konzept nach. Dann rücken diese Irrtumsträger und kriminellen Lügner in die Aussterbensposition, weil man ihnen die Beute weggenommen hat. Und die Wahrheitsträger, von denen es zumindest den Weltrat noch gibt als Wahrheitsträger, rücken an diese Stelle und breiten sich blitzschnell aus. Besonders, weil natürlich auch diese früher vorteilbringenden Irrtümer und die kriminellen Lügen natürlich dann blitzartig vom Weltrat von den nextscientistsforfuture.de aufgedeckt werden. Und dann ist das Problem gelöst. So einfach, scheinbar einfach ist das. Das Ganze ist natürlich hochkomplex. Und nur eine neue Partei, die als Hauptexperten neben vielen anderen Experten und Reformern den Weltrat und den nextscientistsforfuture nutzt, sozusagen unentgeltlich nutzt, nur die hat eine Chance überhaupt. Denn von den Parteien, wenn Sie mal gucken, es waren ja einige Parteien in den Parlamenten in den letzten Jahrzehnten, Neuparteien. Die sind aber alle daran wieder kaputt gegangen, wenn sie schon mal über 5% bekommen waren, dass sie überhaupt nichts Interessantes im Wahlprogramm hatten. Und deswegen, weil sie das Weltratprogramm ja noch nicht kannten und kennen konnten, hatten sie keine Chance und fielen wieder raus. Die einzigen, die überlebt haben, waren die Grünen, die damals mit kriminellen Handlungen, Strommasten, Umsägen und Ähnliches in die Presse gekommen waren und dadurch überhaupt beachtet wurden, haben überlebt. Und die AfD hat bisher überlebt auch, weil sie das Thema Problem, kein richtiges Einwanderungsgesetz in Deutschland, völlig chaotische Asylpolitik, weil sie da wenigstens Scheinlösungen anbieten oder zumindest das zum Thema machen, wenn sie auch keine richtigen Lösungen haben. Die Lösung hat natürlich nur der Welt, nur die nextscientistsforfuture.de, Schluck Wasser. Und die AfD ist überhaupt nur über die 5% gekommen, weil damals ein 1A-Promi dabei war. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Präsident, ich glaube, es war des Bundesverbands der Deutschen Industrie oder eventuell auch des Bundesverbands der Arbeitgeber, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, es war der BDI, BDI-Präsident, wenn der nicht dabei gewesen wäre und sich die Journalisten sich nicht auf ihn und die neue Partei gestürzt hätten, weil er da dabei ist, weil er ja in jeder Talkshow vorher zu Gast war und jeder ihn kannte, ohne so etwas gibt es wohl keine neue Partei. Und deswegen haben jetzt die neue Partei nur die Chance, mit der überlegenen Reformkompetenz des Weltrates in der ersten Wahl 5,0% zu erreichen. Danach beginnt die Berichterstattung auch in den Großmedien, zwar widerwillig, aber wird beginnen und dann kann man sich denjenigen 56% annähern, die die nextscientistsforfuture.de in einer simulierten Bundestagswahl erreicht hatten und dann kriegen wir eine neue Regierung. Wahrscheinlich reicht es bei der ersten Bundestagswahl nur für ein Mitregieren in einer Koalition, weswegen man ja auch dann alle sehr freundlich behandeln muss und auf keinen Fall irgendwie die bisherigen Politiker für ihre schrecklichen Irrtümer kritisieren darf. Der Mensch errare humanum est, Irren ist menschlich und man sollte anderen Menschen ihre Irrtümer nicht vorwerfen. Vor allem, wenn man keinen Beweis hat und kein Gerichtsurteil hat, dass es sich wirklich um die Lügen krimineller handeln würde. Und diesen Beweis haben wir noch nicht, also bitte recht freundlich. Ja, und dann sehen wir hier die allgemeinen Messgrößen und es gibt ja dann auch noch die speziellen Messgrößen. Wenn wir also positive Anreize professionell setzen wollen, dann haben wir ein Repertoire. Wir haben die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, mit der Sie als WählerInnen, die HerrscherwählerInnen, die Herrscher über Wirtschaft und Politik werden und die anderen wieder ihre Diener werden. Dann haben wir die Gesundheitsaufwandkurve, Aufwanderwartungskurve da. Das sind zum Beispiel, jetzt werden es Kostenzahlen, wie oft müssen sie operiert werden oder werden sie operiert und so weiter. Und welche sonstigen Kosten entstehen im Gesundheitswesen. Und natürlich muss der Haus, Ihr Hausarzt in Zukunft mehr Honorar bekommen, wenn Sie sich so gesund entwickeln, dass Sie gar keine Krebsoperationen und Herzinfarkt-Operationen mehr brauchen. Und das wollen Sie doch als Wähler, dass Ihr Arzt nicht motiviert ist, Ihnen möglichst viel zu verkaufen an Igelleistungen oder sonstigen Produkten, sondern Sie wollen doch, dass er Ihnen hilft, dass Sie möglichst gar nicht Krebs bekommen. Ich möchte das jedenfalls. Und der tatsächliche Gesundheitsaufwand muss natürlich immer verglichen werden mit der Erwartungskurve, sodass man dann ausrechnen kann, ja, da war jemand vorher schwer krank und hat deswegen eine hohe Erwartungskurve oder seine Familie war schon immer schwer krank. Also sind auch bei ihm große Kosten zu erwarten. Und wenn dann der tatsächliche Gesundheitsaufwand darunter liegt, also auch die chronisch Kranken sich etwas gebessert haben, gibt es dann dafür großzügige Verdienstzuschüsse als Teil der positiven Anreize. Auch eine hohe Ranglistenposition gibt es das, sodass das dann eine riesige Menge an Neukunden gibt für diese besten Ärzte der Stadt jeweils oder der Region. Ja, und dann muss man eventuell die Fehlzeiten am Arbeitsplatz noch mit einrechnen. Das sind alles Details, wofür man aber 50 Jahre Erfahrung braucht, sonst kann man das nicht. Ob man die Sicherheitsstimme nochmal zur Steuerung des Apparates innere Sicherheit bestehend aus Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und Polizei, ob man da sozusagen die Sicherheitsstimme nochmal extra, damit man denen auch noch gezielter vielleicht positive Anreize setzen kann, das wird abzuwarten sein. Vielleicht reicht uns ja die Wohlfühlstimme zum Beispiel aus. Und wir können auch völlig ohne die Wohlfühlstimme auskommen, wir können das auch anders steuern. Nur wird es dann schwieriger, einfach technisch schwieriger. Die Wohlfühlstimme würde halt sehr vieles sehr leicht machen. Aber wir können auch den schweren Weg gehen. Und ob man die Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie weglässt, weil die von vielen, auch von Dr. Wodak, ja als entsolidarisierend eher empfunden würde, sozusagen, kann man sehen. Was man aber auf jeden Fall berücksichtigen muss, bei einigen Setzungen von positiven Anreizen, ist die Steuer- und Abgabenleistung der Menschen. Denn wir wollen ja nicht nur gesunde und glückliche und langlebige und wohlhabende Wählerinnen erzeugen, sondern auch fleißig arbeitende und gute, hohe Steuern- und Abgabenzahlende, ehrliche Bürger, die nicht schwarz arbeiten und so weiter. Und das ist deswegen, ist dieses, früher nannten wir sie Steuerungselemente, heute nennen wir sie besser Messgrößen. Diese allgemeine Messgröße ist sicherlich auch in vielen Hinsichten wichtig. Alles natürlich mit maximalem Datenschutz, total anonym und durch nichts knackbar und so weiter. Da stellen wir riesige Riegel vor, da wird es dann mehrere Fort Knox geben. Nur dort können Beamte des Bundeskriminalamts in einem sich gegenseitig überwachenden Team feststellen, welche Person zu welcher Kartennummer gehört. Das ist sonst nicht feststellbar. So, und dann haben wir das, ein Riesenproblem hier, wir benutzen ja dieses hier als Erdkugel, da können wir dann manche Dinge zeigen, so Wanderungen auf der Erde, aber entscheidend ist hier diese Normalverteilung, die gaussische Normalverteilung, und die zeigt, einer der größten Vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialsparten, der Arbeitsamtmitarbeiter, mit denen sie uns infiziert haben, ist, dass es völlig egal sei, dass alle Menschen Genies seien, alle große Gehirne hätten, dass der eine zwar 1,30 m groß ist als Erwachsener, der andere 2,30 m als Erwachsener groß ist, und dafür gäbe es gar keine genetische Grundlage, nein, gar nicht, da werden also alle naturwissenschaftlichen Realitäten geleugnet in diesen Vorteilbringenden Irrtümer, mit denen man uns durchseucht hat. In Wirklichkeit ist es so, dass in der Natur alle Arten es richtig machen, außer den Menschen, außer uns. Die sorgen dafür, dass die Kinder von den Fähigsten kommen, und nur von den Fähigsten, und bloß nicht von den Unfähigen, weil man sonst in der Evolution keine Überlebenschance hat. Und das gilt auch für Staaten, das gilt für Gemeinschaften, Staaten, Gruppen, Kommunen, was auch immer, nur wenn man dafür sorgt, dass hier die Kinder herstemmen, und bei uns wären das die mit den größten Gehirnen, weil die Fähigsten sind eben nicht die, die die stärksten Beine haben, sondern für unsere Arbeitswelt sind die Fähigsten, die die größten Gehirne haben. Und nur die sollten die Kinder bekommen, und die hier gar nicht. Und die hier nur vereinzelt und selten. Und dann kriegen wir eine hohe Wettbewerbsfähigkeit, dann geht es uns allen gut, und wir werden alle Wohlhabender profitieren, alle von einem gewaltigen Wirtschaftswunder. Aber diese naturwissenschaftlichen Wahrheiten werden natürlich durch all die Träger dieser vorteilbringenden Irrtümer, und alle, die davon infiziert sind, und das als parasitäre Meme im Kopf tragen, natürlich sozusagen, die werden die naturwissenschaftlichen Wahrheiten weggeleugnet, und die ganzen, alle Staaten leben in diesen Zentral-Irtümern. Alle Menschen sind doch Genies, es ist doch alles egal. Dann haben wir hier nochmal die Welt, Nordasien, Mittelasien, Australien, und so weiter. Hier haben wir Nordamerika, Südamerika, Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, und das benutzen wir ja auch so immer zu zeigen. Außerdem zeigt es hier so Kommunen, also unsere ursprüngliche Glückslebensweise der sogenannten urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunen-Lebensweise mit circa bis zu maximal 120 Individuen pro Kommune, und hier leben dann unsere Töchter mit den Enkelkindern, und einen Kreis weiter außenrum haben in der Natur dann unsere Urenkel gewählt, und das war unsere Welt, alles andere interessierte uns nicht, das waren unsere Nächsten, unsere Geliebten, und zwar eben, wie gesagt, noch ein Kreis mehr, muss man sich vorstellen, um uns herum. Und alles andere interessierte uns nicht, und das darf auch in der Politik nicht berücksichtigt werden, der Mensch will nicht alle Welt retten, alle Natur und alle Umwelt und alle Tiere retten, sondern der will sich, und der Wähler, die Wählerin möchte sich, die Töchter und die Enkel und die Urenkel einen Kreis weiter retten, und alles andere interessiert kein Mensch, und wenn man Politik macht für mehr, dann scheitert man, und genau das machen ja bis jetzt die Landtagswahl, die Landtagswahlprogramme von die Basis und wir 2020 als Neuparteien. Ja, das ist wieder unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige, bloß nicht kontrageen, jede Spur des Hasses, des Zornes und der Wut führt zu einem zwangsläufigen Scheitern alles Neuen, weil sich niemand, der sich geirrt hat und voll ist von vorteilbringenden Irrtümern, sich gerne als Verbrecher titulieren lässt, beschimpfen und beleidigen und diffamieren lässt, wenn er, denn alle, die sich nur irren, die sagen, ich bin mir doch keiner Schuld bewusst, wieso beleidigen mich diese unmöglichen Menschen hier als Verbrecher. Also hört auf damit, wir brauchen die Milliardärskönige, die Politik- und Journalistenkönige als unsere Freunde und unsere Partner im Wandel und nicht als unsere Feinde, die uns platt machen. Ja, und ein möglicher Kooperationspartner wäre ja, wenn sie eben gebildet genug dafür gewesen wären, wären ja Greta, Luisa und Carla von Fridays for Future gewesen, hat sich bis jetzt immer noch nichts getan, obwohl die ja mittlerweile endgültig gescheitert sind. Wir haben ihnen ganz klar gesagt, ohne den Weltrat, ohne die nextscientistsforfuture.de werden sie scheitern, so sicher wie das Armen in der Kirche, aber Unbelehrbare bleiben halt Unbelehrbare. Jetzt wird sich halt zeigen, ob die Partei, die Basis und wir 2020 auch eben Unbelehrbare sind. Ja, man kann das ja nochmal deutlich machen bei den Kommentaren hier. Das ist unsere Homepage. Und dann haben wir hier jetzt neuerdings drei Links. Oh, da ist was passiert. Das muss weg. Na gut, das muss ich den Kollegen sagen. Wir haben hier also drei Links. Und zwar hier Live-Ticker-Wahl. Und wir haben hier oben auch Wählerinnen-Kommentare. Das klicke ich jetzt mal an. Und da kommt eben auch so Kommentare. Da werden wir natürlich über den grünen Klee gelobt als die einzigen, die es können. Das ist ja auch alles vollkommen richtig. Aber dann kommen auch diese sachlichen Kommentare. Der gute Mann von den Next Scientist for Future Weltrat Mitglied hat Recht. Nur will man ihn irgendwie nicht verstehen. Ja, das ist das Dilemma, das wir haben. Das Ganze ist ja am Ende alles eine Intelligenzfrage. Und ob die Menschheit überhaupt die Intelligenz draufbringt, die Klügsten, nämlich den Weltrat zu verstehen, ist sowieso, ist halt fraglich. Und hier wird es dann nochmal und so weiter. Wieder werden wir gelobt über den grünen Klee. Und dann kommt nochmal die realistische Aussage. Würde funktionieren, wenn die Menschheit nicht so saublöde wäre. Genau das ist leider die Wahrheit. Können wir nicht ändern, ist einfach so. Ja, so, dann gehen wir wieder zurück. Zu hier waren wir gewesen. Würde funktionieren, wenn die Menschheit nicht so saublöde wäre. Dieses Schaubild ermöglicht uns, die Parallelität zu Newtons Gravitationsgesetz zu zeigen. Also das Wasser fließt immer dorthin, wo die Summe und Resultante aller anziehenden Massen des Universums ist. Bei uns ist das ungefähr in der Nähe auf der Erde das Massenmittelpunkt der Erde, weil die universumweiten Anziehungskräfte nicht so drastisch wirken. Am stärksten wirken wahrscheinlich die Anziehungskräfte des Mondes mit, die ja auch bei uns auf der Erde nennenswert die Gezeiten erzeugen und so weiter. Aber im Wesentlichen beim Regenwasser wird das Regenwasser angezogen in Richtung des ungefähren Massenmittelpunktes der Erde. Natürlich ein bisschen beeinflusst auch von der Mondanziehung und den anderen Teilen des Universums, die natürlich auch, wenn auch schwächere Anziehungskräfte, auf das Wasser ausüben. Ja, und hier können wir dann auch zeigen, dass wenn hier die Ressourcen sind, ja, die Ressourcen, dass dann die vorteilbringenden Irrtümer und die kriminellen Lügen der Verbrecher sich ausbreiten mit dem Erfolg, den diese haben und dann sozusagen auch nach unten fließen Richtung Ressourcen. Ja, und dann vermehren sich hier, das ist also einfach nur die Umkehrung des anderen Bildes, passt aber dann jetzt so besser sozusagen dieses Schaubild dann, um es zu paralysieren. Dann Naturgesetz, Mutation und Selektion und seine Auswirkungen und die Flüsse nach unten sozusagen und Gravitationsgesetz und der Fluss des Regenwassers nach unten sozusagen. Dann haben wir hier die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre bis heute und was dort alles so passiert ist und wie dann vor 400.000 Jahren durch die undurchdachte Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung die Evolution in Richtung Zerstörung unseres Lebens, Zerstörung von Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand und Glücklichsein gleichermaßen 400.000 Jahre immer schlimmer wurde, weswegen es jetzt ja mal hoffentlich Zeit wird für eine grundsätzliche Wende und für eine Lösung des Problems durch positive Anreize gesetzt von 50 Jahren erfahrenen Kennern. Könnern, Könnern und Könnern der Naturwissenschaften. Ja und hier haben wir nochmal die letzten 13,8 Millionen Jahre. So sahen unsere Urgroßeltern vor 13,8 Millionen Jahren ungefähr aus. Ungefähr vor 4 Millionen, 2,5 Millionen, von 0,4 Millionen. Das sind vor 400.000 Jahren, vor 40.000 Jahren und dann heute. Und in Zukunft werden wir immer weiter degenerieren und werden immer dümmer werden, wenn wir so weitermachen, weil wir ja eben quasi überall auf der Welt mittlerweile die mit den kleinen Gehirnen regelrecht züchten und vermehren und alles dafür tun, dass also überall die Klugen keine Kinder mehr bekommen, die mit den großen Gehirnen, hier 1500 Milliliter Gehirn, die gar keine Kinder mehr bekommen, aber die mit den 1 Liter Gehirnen und 800 Milliliter Gehirnen möglichst viele Kinder bekommen und dadurch werden wir uns schon zugrunde richten. Daher ein Leiden ohne Ende. Aussterben werden wir nicht. Wir werden nur immer dümmer und immer primitiver und es wird immer mehr Leid geben, nicht weniger Leid. Ein Leiden ohne Ende. Und hier haben wir dann nochmal, wie verhalten sich die Linksextremisten und die Rechtsextremisten. Also sozusagen, die sind eben intelligenzmäßig im Bereich der kleinsten Gehirne zu finden, die Rechtsextremisten und die Linksextremisten. Und dann wird es immer klüger und immer intelligenter. Und dann kommt hier die Wir, die bodenständige, echte, naturwissenschaftliche Linke, die eine echt soziale und echt linke Politik macht, im Gegensatz zur pseudosozialen und pseudolinken Politik, die infiziert wurde von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten- und Arbeitsamtmitarbeiter und NGOs, die ja davon profitieren, wenn sie eine pseudosoziale Tendenz in der Gesellschaft auslösen. Sie sind quasi die Gewinner einer solchen Massenmanipulation. Und hier sind dann also noch die vernünftigen Teile der CDU. Und dann beginnt aber hier schon die No-Go-Ära, nämlich die Werteunion. Das sind alles Leute, mit denen man erst mal nicht reden sollte, weil man dafür dann abgeurteilt wird, wenn man mit der Werteunion sprechen würde. Und dann wird es langsam bräunlich. Und dann beginnt hier die AfD und so weiter. Und dann kommen die Rechtsextremen. Also mit denen darf man leider heute nicht reden, weil es Konsens im Mainstream ist, dass diese Menschen tabu sind. Dass man mit denen nicht reden darf, weil abwerte Union, dass sich ja um Neonazis handeln würde, wird jedenfalls so tendenziell so getan, als ob. Ja, das war es mit unserer DIA-Show. Nochmal alles gesehen. Und das neue Bild, ja. Also, kooperativer Anteil, Wahrheiten und der große Fehler des Mainstreams unserer gesamten Gesellschaft. Es gibt nur den kooperativen Anteil. Den antikooperativen Anteil gibt es nicht. Da haben wir beide Hände vor den Augen. Das sehen wir nicht. Es gibt weder die vorteilbringenden Irrtümer noch die kriminellen Lügen. Und all diese Leute, die das behaupten, es gäbe sowas, sind natürlich dann immer automatisch Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und ja, das ist der große Irrtum unserer Zeit. Und ja, dann schauen wir doch mal hier wieder zurück. Da sind wir bei unserem Tagesbild. Jetzt die Kurznachrichten. Also, erst mal muss ich die Tagesthemen, unsere wissenschaftlichen Tagesthemen, wissenschaftliches Heute-Journal ist heute wieder, wie seit längerer Zeit schon, unser News zu. Wir 2020, die Basis. Professor Back, die Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Also, liebe Leute, eure Parteien oder die, die mit denen ihr sympathisiert, werden kläglich scheitern im Frühjahr, im 14. März, wenn ihr nicht endlich unser Angebot annehmt, mehrere Experten und Reformer, aber auch uns hinzuzuziehen und endlich ein vernünftiges Wahlprogramm zu machen und nicht das unwählbare bisherige Wahlprogramm. Na, so. Und, ja, es würde den Parteien mal gut tun, eine simulierte Bundestagswahl-Situation herzustellen, dann würden sie ihr blaues Wunder erleben. Dann würden sie feststellen, dass sie vielleicht von 10% gewählt werden, aber das sind genau die, die vielleicht sowieso in einer solchen sozialen Situation erst mal begeistert sind von jemandem, der dann Vorträge hält oder mit einem redet in einer solchen simulierten Bundestagswahl. Aber die 56%, die die Next Scientist for Future erreicht hatten bei der simulierten Bundestagswahl, die werden sie mit solch einem Wahlprogramm niemals erreichen, weil sie die Leute nicht wirklich überzeugen können. So, jetzt die Kurznachrichten der wissenschaftlichen Tagesschau heute, der News for the Clever dazu. Schluck Wasser. In den Talks. Demnächst ist ja wahrscheinlich wieder die nächste Talkshow. In den Talks. Der Tour durch die Sender. Also, wir sagen ja, ohne eine Tour durch die Sender gibt es sowieso keinen Wahlerfolg. Und bis jetzt ist davon viel zu wenig geschehen. Das muss jetzt aber mal Rückzug kommen, dass die Großsender, die Tour durch die, dass alle Promis und die Großsender bei der Tour durch die Sender mitwirken, wo gezielt über ein neues, besseres, ideales Wahlprogramm der Neuparteien gesprochen wird, ohne dass sie sowieso keine Chance haben. Na, was ist denn jetzt passiert? Oh, so, hier haben wir es. Alles klar. Ist wieder zurück. Also, in den Talks werden wir in Zukunft wahrscheinlich auf das interne Talk, interne Wählen verzichten, sondern ich werde mich bemühen, immer nur zu sagen, ideal wäre, wenn wir jetzt bei dem Talk und in der Zuschauerschaft eine repräsentative Wählerstichprobe hätten oder auch die Parteibasis zum Beispiel aus einer möglichst repräsentativen Wählerstichprobe bestände, weil wir dann ein realistisches Abstimmungsverhalten überall kriegen würden und dann, wenn die dann wählen würden, dann würden diese repräsentative Wählerstichprobe, wenn es eine solche wäre, würde aller Wahrscheinlichkeit nach dann die Wahlprogrammpunkte, wie sie die nextscientistsforfuture.de empfehlen, würde sozusagen genau diese Reformprogrammpunkte sozusagen wählen und nicht die anderen. Aber jetzt, da wir keine repräsentative Wählerstichprobe da haben und auch nicht die gesamte Parteibasis versammelt ist, müssen wir das auf später verschieben. Ja, und wir können den Neuparteien nur wünschen, dass sie, dass ihre Wähler, also dass ihre Mitglieder ungefähr einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen und davon nicht zu weit abweichen, sonst ist ein gutes Wahlprogramm gar nicht möglich, denn dann würden sich ja die nicht repräsentative Wählerstichprobe Parteibasis würde sich ja für die falschen Programmpunkte entscheiden, automatisch. Eine Sendung von die Basis beklagt den verengten, debatten Raum und macht es prompt gleich selber. Ja, also es ist doch gerade so, dass CDU und so weiter, ja, dass die ganze Politik, CDU und SPD-Regierung, die befußt darauf, dass man dort einen verengten Debattenraum hat und die anderen Seiten nicht hört. Und genauso macht es jetzt auch die Basis, die Partei die Basis auch. Sie hört die anderen Seiten nicht, sie hört die anderen Experten nicht, sie hört die Next Scientists for Future.de nicht, die anderen Reformer und Experten nicht und dadurch verengt sie jetzt auch künstlich den Debattenraum und was unterscheidet sie jetzt von der CDU? Eigentlich gar nichts mehr. Ja, sozusagen. Und auch die Basis ist blind für den antikooperativen Anteil. Und ja, ja, und wir sind in der Mitte. Ja, wenn ich nochmal zurückgehe auf unser Bild hier, neues Bild, wir sind in der Mitte. Wir stehen genau in der Mitte. Wir sind etwas näher an den Verschwörungstheoretikern, die immerhin den antikooperativen Anteil sehen können, auch wenn sie dann leichtfertig unterstellen, dass es alles kriminelle Lügen wären. Also die Verschwörungstheoretiker schätzen halt den kriminellen Anteil etwas zu hoch ein und den vorteilbringenden Irrtümeranteil, also denn sie wissen nicht, was sie tun, diesen Anteil derer, für die gilt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesen Anteil unterschätzen die Verschwörungstheoretiker typischerweise. Ja, ja, und die Neidsicht, also die Neidsicht, Geld umverteilen, da gab es wohl eine Sendung mit Kai Stuth, ein Interview mit Ernst Wolf, mit 2F, und da wurde eher so von Herrn Wolf die Neidsicht vertreten, die ja Professor Hans-Werner Sinn für nicht so sinnvoll hält, man sollte doch eigentlich neidfrei an Politik rangehen, ja, und zwar wurde da so tendenziell gesagt, wir müssen das Geld umverteilen, tendenziell, aber in Wirklichkeit ist diese Neidsicht völlig unwichtig. Geld umzuverteilen ist gar nicht nötig. Am Anfang, später wird, wird die Schere durch die Reformen der nextscientistsforfuture.de, jeder, der dieses Neidmotiv hat, sei beruhigt, irgendwann geht dann nach einigen Jahren die Schere zwischen Arm und Reich auch durch unsere Reformen, dann zügig wieder zusammen, ja, und schließt sich, aber am Anfang ist das nicht, als erster Schritt nicht sinnvoll und nicht richtig, denn auch mit weniger Geld, also wenn wir den Milliardären alles wegnehmen, bis auf vielleicht 100 Millionen oder so oder 30 Millionen, wie es ja von Radikalen gefordert wird, wie von der Ökonomie von Mankind, dann auch mit 30 Millionen könnten die Reichen noch grenzenlos konsumieren, ja, und der Rest des Geldes, der ist ja sowieso nicht fürs Konsumieren gedacht, der ist eigentlich nur Investitionskapital und das denen wegzunehmen und das dem Staat oder den Bürgern zu geben mit dem Fragezeichen, wer ist denn der beste, der bessere Investor, da würde ich doch sagen, die Familien, die über Jahrhunderte oder Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie besser Arbeitsplätze schaffen können als andere, denen sollte man das Investitionsgeld in der Hand lassen, das jetzt einfach abzuschöpfen, abgesehen davon, dass sich natürlich die Reichen wehren werden, indem sie Deutschland verlassen werden, dagegen, aber auch wenn die sich nicht wehren könnten, das Geld allein denen wegzunehmen und damit deren Investitionskapital, dann haben die immer noch Geld für maximalen Konsum und der Neid ist dann immer noch nicht befriedigt sozusagen, das Neidmotiv hat immer noch nicht seine Zielerreichung, nur nimmt man dann das Investitionskapital weg und gibt es in die Hände des Staates, der damit wesentlich weniger in der Lage ist, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, also der Ernst Wolf plädiert für die Vermehrung der Inkompetenten, der geht sogar so weit, dass er plädiert, ohne sich dessen bewusst zu sein, für die Vermehrung der Inkompetenten mithilfe des Investitionskapitales, weil er will, der Herr Wolf will quasi, dass den ganzen Menschen, niedrig qualifizierten Menschen mit kleinen Gehirnen quasi das Geld des Investitionskapitales gegeben wird, obwohl wir in wirklich und das dann völlig sinnlos zu einer massenhaften Vermehrung der Menschen mit kleinen Gehirnen führt, die wir so, die wir überhaupt nicht brauchen, für nichts brauchen, wir brauchen faktisch das Gegenteil, die Vermehrung der Leistungsfähigen mit den großen Gehirnen, denn die schaffen uns dann auch die unsere gut bezahlten Arbeitsplätze, die wir brauchen, also in insofern, das ist der falsche Weg, die Schere zwischen Arm und Reich zum Schließen bringen, nicht vorzeitig und nicht, wo es nichts bringt, sondern nur dort, wo es was bringt und das wird von selber dann geschehen, wenn unsere Reformen in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden, kommt das ganz von selber, dass sich die Stände vor, gehen wir noch mal hin, gehen wir noch mal hin, vor hier, wo ist es, bin ich jetzt, da ist es, vor 400.000 Jahren, also das ist jetzt die vier, nicht als Milliarden, auch nicht als Millionen, sondern 400.000, vor 400.000 Jahren, hier, vier Millionen Jahre, vierhundert, also hier die vier, steht für 100.000 Jahre, rot, die Farbe rot, das sind ja Zuordnungen, ja, immer die Farben zu Ordnung beachten, also sind das 400.000 Jahre, vor 400.000 Jahren gab es keine Schere zwischen Arm und Reich, es gab das überhaupt nicht, ja, das gab es überhaupt nicht und da wollen wir ja wieder hin, in diesen glücklichen Naturzustand der Menschheit, natürlich bereicherte über das ein oder andere Positive, was uns die moderne Technik gebracht hat und so weiter, also wir wollen nicht zurück auf die Bäume und nicht zurück weg von den Maschinen und Computern und so weiter, sondern wir nehmen das Gute an der Technik mit und gehen hier in diesen Glückszustand zurück, wo es auch keine Schere zwischen Arm und Reich gab und genauso wird dann auch die Schere zwischen Arm und Reich sich schließen und dann wieder verschwunden sein. Ja, das war es doch schon wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. sch sökst schüsst